Wiener in der Stärkung die hallo Sportfreund und willkommen zu einer Art Reihenfolge von Fieber 16 Karriere Modus mit dem FC Bayern München gegen Borussia Dortmund die Aufstellung seht ihr jetzt ja und dann geht's auch los gegen Dortmund machen wir mal ganz kurz Handy weg so so jetzt sind wir hier gegen Dortmund wir spielen den roten, ich spielen den gelb und dann gehen wir auf geht's, los, rein gegen Dortmund sollten wir eigentlich gewinnen ja solange wir uns jetzt nicht so schwer tun heute ja beinahe da 5-1 gewonnen gegen die Dortmunder in real life ja was vielleicht auch viele kennen 5-1 sieg ja was ich aber auch noch sagen dann will ist in den ist dann im spiel ne ich hatte gestern für euch einen Livestream auf Twitch den könnt ihr auch sogar noch mal anschauen wenn ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung auf diesen Link klickt von Twitch und da dann dann einfach drauf klickt dann unten auf wie die Übertragungen und so da seht ihr dann auch die ganzen anderen Übertragungen je was ich schon gemacht habe das ist das einzige ja dann nochmal die Choreo des der Bayern München der Bayern Fans er hat noch ein bisschen habe ich zwei Spiele halt gespielt ne einmal die FIFA 16 und dann einmal Isaac habe ich dann leicht gestreamt zwei Stunden lang ungefähr hier ja macht den Test gegen da ich habe ihn nicht rausgeholt hier oi 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 erste Chance Dortmund Bender oi 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 ja dann habe ich im Livestream auch gegen die Dortmunder hier gespielt ja einmal habe ich gegen die Bayern gespielt dann im Livestream und gegen Dortmunder und das war bei beiden Spielen ein richtig umkämpftes Spiel außer gegen Dortmund vielleicht nein da will ich jetzt nicht spoilern könnt ihr euch mal anschauen ja wenn interessiert wie es ausgegangen ist einfach mal in die Kommentare schreiben Brrrrrr Robert Lewandowski 1-0 wenn man interessiert einfach unten reinschauen in die Videobeschreibung und da dann draufklicken auf den Link von Twitch oder wenn ihr wollt auch auf Instagram draufklicken oder Twitter wenn ihr da noch nicht folgt einfach nochmal da draufklicken oder auch auf Twitch auch draufklicken und mir da folgen aber am besten wäre es wenn ihr das im Stream tut weil dann werdet ihr sogar nochmal eingeblendet ja dann werdet ihr einfach nochmal eingeblendet dann sollten wir hier ein bisschen probieren andere Sachen probieren dann müssen wir uns 2-0 jetzt nachlegen über Götze und dann über Robert Lewandowski der warst du auf der Aui da bin ich nicht hingelaufen mit Robben was mach ich denn da super Alarm was war denn das jetzt hier naja ja war ein ganz lustiger Live-Stream gestern eigentlich ja hat sehr Spaß gemacht finde ich hat richtig viel Spaß gemacht der Live-Stream einfach gestern der war einfach einfach ein richtig schöner Live-Stream sowas will man jede Woche haben ja solche Live-Streams jede Woche einfach mal so ein Quick-Tel Quickie Live-Stream von an die 4 Stunden was ich gestreamt habe ja hab einfach mal so 4 Stunden lang gestreamt und ja ich kann da auch nochmal vorbeischauen oder sowas wenn ihr wollt und dann noch so ein paar andere Sachen sehen was ich dann noch gemacht habe ja ja abseits Müller okay ich bin schon gewonnen aber warum nimmt er den Robben und nicht den Müller der Hummel ist jetzt hier mit einem langen Ball auf Aubameyang Castro Miquitarian der recht Mittelfeldspieler wo er eigentlich für mich ein ein klares ZOM ist aber naja Miquitarian Aubameyang Miquitarian uiuiui Tersdegen gut gehalten hier zack aber zu weit nach zu zu gerade nach vorne abgeklatscht hat dann der Tersdegen ja weiß ich auch nicht so gut gut heizen kann ja Alaba 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 Ecke Dortmund natürlich nicht Super Ecke war da hinten war da hinten war da hinten wäre Robben glaube ich gestanden da ist Alaba Alaba holt sie den Ball gegen Reus Ribery kann sich hier nicht so gut durchsetzen Castro Aubameyang will geschickt werden aber kriegt er nicht hin dann hier auf Arjen Robben der Dortmund Töter Nr. 1 Dortmund Töter Nr. 1 Champions League Finale DFB Pokalfinale Sollte alles sagen Abseits Eijei Eijei Eieieiei Nur aufpassen 34. Spielminute schön verteidigt Warum bewege ich meinen Arm von meinem Controller weg, ey? Warum mache ich denn da schon wieder? Vidal Auf der Linie Ah, zum Glück habe ich den auf der Linie stehen gelassen und es wäre jetzt ein 1-1 gewesen hier Letztat, Lewandowski Müller Götze Ich wollte gerade jemand anders sagen Ich weiß aber nicht warum Was macht der? Was machst du Götze? Wohin wolltest du den Pass spielen? Oh, Vidal wäre gut gestartet Aber da war wieder einer dazwischen Wann ist das andere eigentlich? Lahm Will der Stürmer werden, der Lahm Müller Der war abseits, der war abseits Ah, schade Ah, Mann, warum spiele ich dann überhaupt? Meine Güte Jaja, so viel stand es ja auch bei Bayern gegen Dortmund Aber da stand es 1-1 Halbzeit Was weiß ich noch Na, da hat der Obermergen Glaub ich ausgeglichen So, Herzeit, komm Warum läuft da keiner Äh Liegt das Ohr Nicht immer schön, wenn das Ohr auf einmal juckt Oh, boah, Teng jetzt mal hier mit dem Fehler Aber da haben wir ihn wieder Und dann ging es 1-0 in die Halbzeit So Ganz okayes Ergebnis bis jetzt Oh, Müller Von außen auf Robben Der will Ich will eigentlich die Hacke zu Hacke immer machen Aber der macht ihn einfach nicht Mkhitaryan Ja, du kannst die Ballrollen Nur nicht so, ne So wie jetzt ich Was macht der da? Warum spiel der nicht auf dem Götze? Oh, Götze nicht im Abseits Ich wollte die Flanke bringen Warum bringt er sie nicht? Vidal Vidal Schade Mann, wir müssen hier mal ein bisschen mehr Druck machen Auf die Dortmunder hier Dortmunder müssen wir mehr Druck kriegen hier Immer so fixiert dann Ich glaube zu stark Hey, ich Lass mich verarschen spielen Genau dann Wenn ich den Pass spiele Dann läuft Robert Lewandowski Von dort weg Genau dann Verarsche Oder nicht Da, schau Ich spiele den Ball Jetzt, schau Zack Ach komm Ich lebe doch mit nach außen, Jungs Ich lebe dann aber nicht mit nach außen Denkt er sich so, ne Ich will Nicht Oh, Ribéry Das macht es nicht gut gegen Micky Ah, schön Mustafi Auf Götze Auf So gratis Ja, jetzt kommt Geht drauf Mustafi Oh, Mustafi verliert den Ball kurz Und spielt dann so einen grandiosen Pass Für den Gegner Sven Bender Schnuri Was muss ich noch machen, Herr Müller Meine Güte ist um Oh, Shinji Kagawa So wie die Tonkatatoren immer sagen Die sagen immer Shinji Kagawa Kagawa Sag nicht Kagawa, sondern Kagawa Die sagen immer Kagawa G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Anstatt Dass wir hier ein Tor kassieren Wer war denn das? Mustafi Beinahe mit einem eigenen Tor Wo wollte der den Ball hinschlagen, du? Ramos Adrian Ramos Kommt rein Du Auf der Außen Aber Alaba ist da Macht es ganz locker Flockig Oh, der Ball ist zu weit Aber Lewandowski Aber es ist Robert Lewandowski Willst du mich verarschen? Mach den Fake Shot Dann ist alles okay Aber Nein Er macht ihn nicht Ich will ihn testen Und Rode Ne, warte Benatia Benatia kommt für Mustafi rein Ja Das ist ja auch mal Zufrieden ist mit seiner Mit seiner Mit seiner Spielzeit hier Ja Oh, schön Götze 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 Eine letzte Ballaktion Fragezeichen Ribery ist die letzte Ballaktion Fragezeichen Okay Ich weiß nur nicht wohin Da ist Lewandowski Da ist Götze Oh Hämmer der hat den Ball da nochmal rein Oh Haha Eieiei Eieiei Gißt der den Ball da einfach nochmal rein Bo Oh Was für ein Strich So Boom Ho Ist aber raus Letzte Ballaktion Ein Tor Ein Schuss Ein Tor Eieieieiei Naja 2-0. Wow. Nicht mehr viel passiert in der ersten Halbzeit hier. So, muss man mal aufpassen. Schön. Gianluca. Dass die das immer wieder machen, wenn ich einen Fake-Shot mache. Probieren wir mal zu schießen. Ich will mal schießen. Ah, schön, Gianluca. Gaudino. Kleiner Fun-Fact. Ich kenne seine Cousine. Aber warum? Was hat denn der für eine Haarlocke, ey? Ja. Der für eine Haarlocke. Wow, wo soll ich jetzt hinspielen? Götze? Nein. Warum soll ich Götze? Das ist Robert Lewandowski. Das habe ich zu blöd rumgetendelt, ja. Ne. Nicht ganz geklappt. Schade. Allah. Audino. Boah. Audino. Hättet ihr, wäre da reingegangen. Haha. Irgendwie lustig. Ja. Super. Hey, ich wurde gelegt, ne? Wollte ich auch mal sagen. So. Come on. Ach, Manno. Das war's. Mit dem Spiel. Für heute. Für heute. Eieiei. Haha. Wie kann man... Naja, da hat man ein bisschen Glück gehabt, ne? Naja. Ein bisschen. Ja. Genau. Ja. Aber da war ein bisschen... Ein bisschen Glück, aber ein bisschen Unglück. Aber naja. Hätte man da jetzt 2-0 gewonnen. 2-0 nicht gewonnen. Wäre es ein bisschen anders ausgegangen, jetzt gegen Arsenal. In der Champions League. Ist noch nicht so sicher. dass wir hier, ähm, gewinnen. Dass wir hier weiter sind schon. Gegen Arsenal. Ja. Wir müssen jetzt gegen Arsenal gewinnen. Und dann können wir die nächsten 2 Spiele da einen Unentschieden rausholen. Und dann sind wir jetzt schon sicher weiter. Also... Ja. Wollte es auch passen. Ja. Und dann werde ich auch sagen, Leute. War es mir in dieser Folge die Aufstellungen. Die Aufstellung werde ich jetzt dann noch offline machen. Also Leute, da rein. Bis nächstes Mal. Und lasst eine positive Wertung da. Lasst ein Abo da. Schaut auch auf meinem Zeitkanal vorbei. Dann in der Endcard. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.